In diesem Video zu Spellforce Conquest of EO möchte ich euch Dinge vorstellen, die ich gerne vor dem ersten Spielen gewusst hätte. Denn es gibt Dinge, die sind manchmal etwas unscheinbar, manchmal einfach auch Strategien, die ja nicht ganz so bewusst sind. Und deswegen will ich euch einfach mal fünf solcher Tipps zeigen, sodass ihr vielleicht diese Fehler nicht unbedingt machen müsst und vor allen Dingen gut ins Spiel hineinfindet und diese Sachen auch ausnutzen könnt, um damit auch die höheren Schwierigkeitsstufen oder generell Probleme überwinden zu können. Wenn ihr nichts schon getan habt oder noch ganz, ganz, ganz am Anfang seid, empfehle ich euch dieses Video, das erstmal die Grundlagen erklärt, euch grundlegende Tipps gibt, die ich dann hier in dem Video natürlich nicht mehr wiederholen werde. Ansonsten, wie immer, freue ich mich über jede Interaktion, Like, Kommentare, ein Abo gerne da lassen. Das hilft dem Kanal, das hilft mir, ihr kennt das Spielchen und sagt mir auch gerne, was ihr sonst noch für Tutorials oder sonst was braucht. Zum DLC werde ich natürlich auch noch kommen, wenn ich es selber ausgiebig getestet habe. Und ansonsten sage ich natürlich wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich viel Spaß mit dem Video. Ich versuche bei den Tipps möglichst chronologisch von Early-Game bis Late-Game vorzugehen, das ist natürlich nie immer möglich, aber so, dass ihr ein bisschen eine Ahnung habt, was kann man relativ früh gestalten, wo man einem wirklich früh sich helfen kann, weil das ist oft das, wo man mit diesem Spiel viele Probleme hat, in meinen Augen. Dann kommt so eine Phase, wo die KI-Gegner das erste Mal angreifen, da muss man auch noch deutlich aufpassen. Und wenn man dann die Tricks so raus hat, kommt man auch sehr gut ins Late-Game und kann sich dann behelfen und die KI meistens auch relativ gut abwehren. Ja, und für den ersten Tipp gehen wir wirklich ins Early-Game. Ihr habt die ersten Quests gemacht, ihr habt die ersten Buchseiten freigeschaltet und könnt eine ganz, ganz einfache Einheit, den Irrlicht, beschwören. Das Irrlicht. Ihr wisst natürlich, was das bedeutet, ihr klickt hier einfach drauf, kriegt dann hier halt gesagt, okay, wie viel Runden dauert es. Ich habe hier schon mehrere Irrlichter gebaut. Die Irrlichter sind dafür da, dass ihr halt damit die Knoten anbinden könnt, Allfeuerknoten, natürlich sehr sinnvoll. Generell solltet ihr die auch aber auch als Scout benutzen. Und warum ganz besonders die Irrlichter? Ja gut, die können halt fliegen, das ist klar. Fliegende Einheiten haben natürlich einen riesigen Vorteil, sie können, ihr seht das zum Beispiel jetzt bei mir, meine Basis ist hier oben. Hier habe ich bin ich gestartet und die ist jetzt hier und ich bewege mich bis hier unten durch. Wenn ihr das einigermaßen geschickt macht, ihr könnt ja in dem Spiel, das ist auch schon direkt ein Tipp extra sozusagen, jetzt euch zurückziehen, dann kriegt ihr eure Einheit Verluste an HP. Wenn ihr aber einmal ein Upgrade von eurem Einheit genommen habt und da plus 100% natürliche Regenerationen gegeben habt, kann die Einheit, naja, schon sterben, aber es ist schon sehr schwer. Da können solche Stacks, wie man hier sieht, diese ekligen, können einen nicht einfach umbringen. Aber egal, warum habe ich jetzt das Irrlichter angewählt? Das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Und zwar hat Conquest of EO eine Mechanik, die natürlich typisch ist für Strategiespiel. Wir haben Pickups. Der große Unterschied ist aber, dass die Pickups bei Conquest of EO teilweise auch hidden sind, also versteckt sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf diese Karte gucke, sehe ich in meinen Augen oder als Anfänger gerade, es geht jetzt ja wie gesagt nicht um die Profis, aber gerade als Anfänger, wenn ich hier das erste Mal drin bin, nichts an Pickup. Ich erkenne hier nichts. Wie sollte ich auch? Pickup ist normalerweise das, was wir ganz am Anfang vor uns haben, so ein Mana-Pickup, das vielleicht an der Start-Base irgendwo vorhanden ist, aber ja ganz sicher nicht hier unten irgendwo. Ja doch, aber ganz, ganz wichtig ist, solche, zum Beispiel Knochenhaufen hier, bieten als unerforschter Ort, erntbarer Ort, gut, erntbarer Ort ist nicht so wichtig, aber unerforschbarer Ort, immer Loot. Immer. Das heißt, ihr fliegt hier einfach mit eurer komplett lächerlichen Armee, also mit einem Wicht. Und guckt euch das an, was wir da kriegen. Wir kriegen dadurch super gute Ressourcen. Besitztube der Verstorbenen, was drei verschiedene Essenzen hat, also drei Formen, also vier insgesamt sogar. Wir kriegen hier nochmal eine fluchtlote Kerze, die sehr gut zugemischt ist, wir kriegen einen lebendigen Schädel, der noch mehr wert ist. Und für Nekromanden seht ihr, oh mein Gott, das ist ja der reinste Himmel. Ihr kriegt nämlich einfach noch Seelen, die ihr benutzen könnt, um dann wieder Einheiten zu produzieren. Und zwar nicht Seelen von T1, sondern Seelen T3. Das heißt, ihr könnt damit auch sehr große und tote Kreaturen beschwören. Gut, hier drei Leben ist jetzt nicht das Beste, aber es ist trotzdem so, dass ihr damit unglaublich Ressourcenvorteil bekommt, den ihr dann wieder in eurem Handwerk nutzen könnt. Und das zieht sich hier komplett durch. Denn wenn ihr jetzt hier mal schaut, ich bin jetzt hier in diesem Dämonengebiet, und wenn ihr hier gut durchschleicht, sag ich mal, hier ist jetzt natürlich direkt bei mir, die würde mich angreifen, aber gut durchschleicht, dann könnt ihr auch noch zu anderen Orten kommen, auch wieder solche Pickups ermöglichen. Außerdem könnt ihr natürlich auch, wenn ihr das jetzt erweitern wollt als Tipp, auch irgendwelche Einheiten zum Fliegen bringen. Das kriegt man ja durch eine normale Zauberseite. Und die fliegenden Einheiten dann am besten mit halt sowas wie Ernten und Bergbau ausstatten. Und dann einfach über die Map fliegen. Klar, ihr werdet immer welche verlieren, ganz klar, ihr werdet auch frustrierende Momente haben. Aber ihr werdet hoffentlich vorher zwei, drei Ressourcenknoten abbauen. Ihr werdet halt diese Pickups aufheben, die euch einen unglaublichen Vorteil bringen. Ja, was sind denn eigentlich solche Pickups? Das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Aber diese versunken Ruine, dann denkt man ja, okay, dann musst du vielleicht kämpfen oder du kannst ja mit deinem Toben abbauen. Nee, diese versunken Ruine zum Beispiel ist auch ein unerforschter Ort. Fliegt ihr also mit eurem Wisp, dann fliegt ihr darüber, kriegt ihr auch wieder Gegenstände. Diese Gegenstände helfen euch natürlich massiv, euer Early-Game zu verbessern, massiv euch auch ins Mit-Game zu tragen und dann halt auch die Kämpfe zu gewinnen, die später groß werden. Das kann ich jetzt natürlich so weiter vollziehen. Zum Beispiel mit dieser Höhle hier. Die sind oftmals bewacht, die Höhlen, aber an sich. Wenn die Höhlen unbewacht sind, könnt ihr auch einfach, bin ich gerade reingeflogen, mit den Wispen hineinfliegen und Gegenstände bekommen. Richtig krass wird das aber nicht in diesen normalen Gebieten, sondern eben in den Gebieten, die ich euch eben gezeigt habe. Sondern es geht halt in den Orten, die jetzt hier im Süden, dieses Dämonenreich hier unten und das Dämonenreich im Nordwesten. Denn dann findet ihr die Knochenhaufen, die ich ja eben schon mal gezeigt habe, sind relativ häufig und kriegt wiederum viel Loot. Dieser Loot wird natürlich, weil das Gebiet ja gefährlicher eingestuft wird, auch ein besseres Loot-Table haben. Diese bessere Loot-Table wird euch wieder massiven Vorteil bringen, um euch halt, wie ihr seht, hier wieder gute Ressourcen zu geben, um euer Handwerk halt zu pushen. Aber genug davon. Gehen wir mal zum zweiten Tipp über. Dann benutze ich hier auch wieder das Safe Game. Und es ist ein ganz, ganz wirklich simpler und kurzer Tipp, denn ihr müsst die Fähigkeit Anhänger unbedingt ausnutzen. Ihr kriegt am Anfang, ein bisschen Spoiler-Alarm hier, eine Armee nach ein paar Runden. Das seht ihr aber alle, wenn ihr es schon mal gespielt habt. Diese Armee hat immer den Trade Anhänger. Und Anhänger heißt ganz einfach, ihr habt keine Unterhaltskosten. Wenn ihr Glyphen findet, wenn ihr Verzauberung dafür habt, wenn ihr irgendwelche Fähigkeiten habt, die Anhänger erschaffen, zum Beispiel auch Versklaven tatsächlich durch die Org einherhalten, dann habt ihr einen immensen Vorteil. Denn Conquest of Io ist natürlich ein Spiel, was extrem enge Wirtschaft hat. Ihr habt natürlich, wenn ihr das geschickt spielt, irgendwann eine Wirtschaft, die euch weitertragen kann. Aber gerade am Anfang, wenn man Anfänger ist, kommt man da gar nicht drauf klar. Und ich habe es auch wieder jetzt gemerkt bei meiner eigenen Runde, dass ihr natürlich darauf achten müsst, eure Gold- und eure Mana-Vorräte immer oben zu halten. Und gerade dieser Trade Anhänger ist essentiell, natürlich gerade auf höheren Schwierigkeitsstufen, dass ihr diese Einheiten auch erhaltet. Das heißt, auch dafür kämpft, dass sie überleben. Selbst wenn es hier so eine trashige Miliz ist, die könnte ja schon als kostenlose Sperre fungieren. Die könnte kostenlos irgendwelche Sachen abbauen, wenn ich den entsprechenden Trade lerne. Das heißt, es ist natürlich essentiell, solche Einheiten zu konservieren. Ich kann das auch mal an der Armee hier unten zeigen. Haben wir auch hier zum Beispiel in dem Eschernen auch einen Anhänger, der nichts kostet. Der hat auch noch den Tod trotzdem. Das ist natürlich die absolute Killer-Kombo. Das heißt, wenn ihr mal einen Kampf gewinnt, habt ihr immer einen kostenlosen Diener, der sterben kann im Kampf und sich dann sogar wiederbeleben kann. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr versucht, so viele, zum Beispiel der Bogenschütze, auch so viele Anhänger wie möglich zu rekrutieren. Denn dann habt ihr in eurer Wirtschaft einen großen Vorteil, der sich dann durch die nächsten Tipps auch nochmal ausweiten kann. Am Ende nur, um einmal gezeigt zu haben, wie könnte ich hier zum Beispiel auch Anhänger herstellen, wobei das für ein Early-Game nicht ganz so tragbar ist. Aber wenn ihr gut Ressourcen sammelt habt mit Tipp 1, kann das möglich sein. Wäre jetzt zum Beispiel beim Zauberschmied, dass ihr ein Eisen- oder Himmelseisenerz benutzt und zweimal auf die Elementar-Grenze oder Schwelle geht und einmal auf die Arcanen. Dann kriegt ihr Sklavenhalter und dann verleiht ihr Anhänger. Das gibt halt diesen kostenlosen Bonus. Extrem viel Wert, aber ist natürlich auch schwerer zu kriegen. Deswegen ist es umso wichtiger, die zu konservieren, die man auch mit der Story bekommt. Nekomanden wäre es jetzt zum Beispiel, eine reine makellose Seele zu erhalten. Das ist natürlich eine Tier-3-Seele, aber auch da würde ich zum Beispiel Anhänger bekommen. Und so zieht sich das halt durch. Doch genug davon. Gehen wir mal zum dritten Tipp über, der uns Einheiten-Rekrutierungsmöglichkeiten fürs Mid-Game liefert, aber für Early-Game auch ganz viel wirtschaftliche Vorurteile bringt. Und das ist ganz einfach der Stadtruf. Jetzt habe ich zum Beispiel, und deswegen bringe ich das hier als, das müsst ihr vorher wissen, diese Stadt angeguckt und gedacht, ja, okay, jetzt steht hier 4-3. Dann war mir irgendwie klar, ja, Ruf. Okay, dann kriege ich irgendwie einen Hüter, was auch immer das ist. Dann bin ich so auf Übungsgelände gegangen und habe gesehen, ja, gut, ich kann ja Sachen kaufen, aber in der ersten Runde ist man wahrscheinlich relativ goldarm. Und dann, ja, gut, kann ich jetzt hier kaufen, aber Miliz ist auch nur T1. Was bringt mir das? Wenn Soldaten muss ich schon Ruf 3 haben. Das heißt, ihr habt irgendwie nicht verstanden, also ich habe zumindest nicht verstanden, was hier jetzt genau sinnvoll dran ist. Was kann ich tun? Klar, so ein paar Gegenstände teuer kaufen. Das ist nett, aber mir entgegen so ein bisschen der Sinn, warum soll ich das machen? Wie mache ich es? Und das will ich euch auf jeden Fall zeigen, weil es essentiell ist. Ja, warum? Weil ihr gewisse Gebäude bekommen könnt, die ihr jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt das Beispiel mal rüber ziehe zu Lorraine, bekommt, wenn ihr den höchsten Ruf habt. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Stadt auf den höchsten Ruf gekommen, relativ erleicht. Zeige ich euch gleich wie. Neben Quests. Und dadurch habe ich, wenn ihr in eure Remoir geht und die vorletzte Seite hier anklickt, einen von den Räumen freigeschaltet, die hier so mit so einem kryptischen Hinweis gezogen sind. Diese kryptischen Hinweise heißen einfach, macht jede Stadt auf den vollsten Ruf und dann bekommt ihr verschiedene schöne Gebäude. Und das wäre hier die menschliche Kaserne. Die menschliche Kaserne bietet enormen Vorteil gegenüber Standardgebäuden. Ihr bekommt fünf Goldkosten im Unterhalt, was eure Anhänger zusätzlich noch buffen kann, dass ihr einfach sagt, ihr habt noch zusätzliche Einheiten, die sehr teuer sind. Ihr könnt damit nicht zwei T2-Einheiten, eine T1-Einheit aushalten. Und ihr könnt auch noch neue Einheiten rekrutieren, nicht Soldaten, die ihr sonst nur teuer kaufen könnt, wie wir eben gesehen haben. Jäger und Speer. Speer halt als schnelle Speer-Einheiten. Und das Allerwichtigste noch dabei, neben diesen krassen Fähigkeiten schon, die ihr schon die Wirtschaft erhöhen und Rekrutierungsmöglichkeiten bieten, könnt ihr auch dieses Gebäude massiv mit super Sachen erweitern. Gehen wir rein, Erweiterungen kommen, wenn ihr einen gewissen Quest-Vorusschritt habt, dann müsst ihr vor allen Dingen im Grimoire die Seite hier vorne gemacht haben, und zwar die rechte Seite. Das heißt, bestimmte Gebäudeanzahl gebaut haben und Einbaustellen in eurer Umgebung haben. Wenn ihr das geschafft habt, bekommt ihr diese Erweiterungsslots. Jetzt vergleichen wir einfach mal den direkten Vergleich zwischen Truppenquartier, was ein Standardgebäude ist, mit unserer Menschenkaserne, die wir durch den Ruf bekommen haben. Bei der Menschenkaserne habt ihr 5 Gold, den ihr gestrichen bekommt. Hier nur 3. Ihr könnt hier Goblins rekrutieren, wo der Schamane okay ist, der Rest eher Trash. Bei der Menschenkaserne könnt ihr schon mal Soldaten rekrutieren, die recht okay sind. Aber, und ihr seht ja schon, ich habe schon eine Ergänzung gebaut, ihr könnt hier auch noch weitere Ausbildungsmöglichkeiten kriegen. Das könnt ihr bei den Truppenquartieren nicht. Guckt ihr die Truppenquartiere an, kriegt ihr ein paar nette Buffs. Das lohnt sich aber kaum, überhaupt ein Gebäudeschlot dafür auszugeben. Guckt ihr jetzt bei der Menschenkaserne, seht ihr, dass wir erstmal viel mehr Möglichkeiten haben und tatsächlich viel krassere. Ich habe mir zum Beispiel Ausbildung genommen, um helle Bardiere zu holen, die nochmal stärker als die Soldaten sind und eine recht tanky T2-Einheit sind. Außerdem könnt ihr Alchemisten herbeirufen, die außerdem euch auch noch Tränke geben. Und ihr könnt auch noch Paladin herbeirufen. Die T3-Einheit sind eine massiv starke Menschliche T3-Einheit, die zusätzlich durch die Fähigkeit noch gebufft wird mit Phalanx. Kostet natürlich sehr viel an Sphärenmagie, aber habt ihr das vielleicht, könnt ihr das vielleicht nutzen. Dann baut ihr euch hier das Ganze zusammen und habt eine super starke Einheit, die ihr konstant nachproduzieren könnt. Könnt aber auch sagen, hey, ich will billig gehen, mache ich erstmal ein Helperdier und vielleicht die Menschenarbeiter, ihr könnt das jederzeit austauschen, die Menschenarbeiter können mir helfen, einfach noch mehr Ressorts zu kriegen, wodurch ich dann vielleicht auf die Paladin herbeirufen kann. Also ein deutlicher Unterschied. Das müsst ihr unbedingt beherzen, dass ihr sehr früh drauf geht, gerade auf höheren Schwierigkeitsstufen, aber generell auch, wenn ihr Probleme am Anfang habt. Versucht schnellstmöglich den Ruf zu erlangen, macht Quests und macht das, was ich jetzt auch noch zeigen werde. Und zwar sucht euch Tavernen. Das sind solche Gebäude oder Gasthäuser halt. Hier haben wir immer die Symbole der verschiedenen Städte angegeben. Manche Städten wie Lorraine, das ist ja auch die einfachste Stadtbedingung, sage ich mal, ist es relativ einfach, Ruf zu bekommen, weil die Quests recht einfach sind. Manche andere Städte haben aber wesentlich schwere Rufquests oder müsste man bestimmte schwere Gegner besiegen. Dann könnt ihr einfach diese Tavernen, also Gasthäuser nutzen. Die sind überall auf der Map verteilt. Ihr seht hier schon direkt zwei nebeneinander. Das heißt, das geht relativ einfach. Ähnliches Prinzip bei der Hauptstadt, Siebenburg, die auch halt sehr mächtige Fähigkeiten freischaltet, wie den Sitz der Könige, wo man dann auch Hüter ausbilden kann. Muss man wohl ständig drum herum sein. Aber trotzdem, dann könnt ihr hier direkt zwei Tavernen freischalten. Dann müsst ihr hier aber zum Beispiel, je nach Glück, was ihr habt, nochmal eine Quest freischalten. Es gibt aber auch meistens, je nachdem wie das Layout ist, noch eine Taverne hier oder irgendwo in einer anderen Position, sodass ihr relativ leicht Ruf damit bekommen könnt. Und wenn ihr das geschickt macht, auch relativ schnell da Fortschritte macht. Genauso geht es bei den Zwergenstätten, den Orgstätten und so weiter und so fort. Jedes hat seine Spezialisierung, sein spezielles Gebäude und seinen speziellen Vorteil, die man hat. Und vor allen Dingen geht es da um mächtige Einheiten und mächtige wirtschaftliche Vorteile. Also solltet ihr die unbedingt nutzen, denn mir war das am Anfang überhaupt nicht klar. Der nächste Tipp geht so ein bisschen mehr in die Kampfrichtung und auf Einheitenstats ein. Wir haben nämlich ein ganz großes System, was glaube ich, oder zumindest meiner Meinung nach, mehr noch als in anderen Strategiespielen essentiell ist. Denn ihr habt ja Resistenzen. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, für viele nichts Neues. Wenn wohl, seid ihr hiermit schon eingeladen, das Tipp mitzunehmen. Erstmal seht ihr immer alle Fähigkeiten super aufgedröselt hier in dem Spiel. Sehr schön visualisiert. Kann man auch schon mal loben. Aber generell geht es erstmal um das hier unten. So habt ihr verschiedene Damage-Kanäle. Ihr habt Weiß als Schaden, ihr habt Elementaren Schaden, ihr habt Tod als Schaden und ihr habt den physischen Schaden. Mehr gibt es nicht. Es gibt noch Gift-Schaden, das ist halt auch Tod. Es gibt natürlich Brennen, das ist auch Elementare Schaden. Da wird nicht unterschieden zwischen Feuer und Eis oder Gift und Tod halt. Das sind alles so drei Sphären zu. Das heißt natürlich, es ist sehr übersichtlich, aber halt essentiell zu meistern. Weil wenn ihr jetzt diese Einheit anguckt, als untote Einheit, natürlich eine ganz klare Weiß-Schwäche, ist aber natürlich gegen Tod extrem resistent. Gucke ich mir jetzt zum Beispiel mal einen Männchen-Spieler an, da würde ich jetzt einfach mal auf diese Armee hier gehen, oder Männchen-Einheit. Hat natürlich keine Resistenz gegen Elementar, keine gegen Tod, aber weiß, was ich jetzt so als Heiligen Schaden mal verkaufen würde. Das heißt, ihr habt da wieder eine Resistenz. Der Zwerg wiederum, natürlich könnt ihr euch schon fast denken, eine Resistenz gegen Elementaren Schaden. Genau die Dämonen, die ja auch Feuer sind und auch Elementar irgendwo sind, haben auch eine hohe Resistenz gegen Elementarschaden. Und das ist in dem Spiel wesentlich essentieller, als man meinen mag. Dann sagt ihr, ja klar, ergibt ja Sinn, aber die Sache ist, eure Damage-Challenge machen halt extrem viel weniger Schaden. Jetzt bringe ich mal das Beispiel von ihm hier, wo er ist nicht mal das beste Beispiel, aber sage ich jetzt mal einfach, er hat ja eine Feuerfähigkeit, eine reine, dann könnte er natürlich bei Dämonen und bei Zwergen massiv weniger Schaden machen. Das ist essentiell im Auge zu behalten, denn ich habe gemerkt, und das wusste ich halt auch vorher nicht, wie schlimm das sein kann. Es gibt manche Einheiten, da gibt es zum Beispiel so ätherische Krieger, die kriegt man auch teilweise nicht tot. Wenn ich dann nur Elementar und physischen Schaden habe, wogegen die beide resistent sind, bei der Resistenz sind, dann habe ich ein Riesenproblem. Das ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Wisp angucke, ähnlich, eine physische und elementare Resistenz von 50 Prozent, habe ich dann weder Tod noch weißen Schaden, werde ich die nicht so schnell kaputt kriegen. Und das kann im Early Game gerade oft bedeuten, dass mein Stack wipet. Das heißt, ihr müsst diese Resistenzen verstehen lernen, ihr müsst sie auch, das könnt ihr durch verschiedene Wegen machen, bei euch auch upleveln, also upgraden. Ihr könnt das durch verschiedene Zauberbücher machen, habe ich jetzt kein gutes Beispiel mehr gefunden. Ich weiß aber, dass es durch Erdrüstung zum Beispiel Elementarresistenz hat, die könnt ihr auf einzelne Einheiten dann anwenden. Auch ein ganz wichtiger Nebentipp wieder, die Verzauberungen machen eurer individuellen Einheit extrem stark neben den Leveln, die sie eh schon bekommen. Und da könnt ihr zum Beispiel Elementarresistenzen fördern oder eben durch Level Up, wenn die bis zu Level 50 können sie ja upgrade werden, können die durch Glück auch Elementarresistenzen oder Weißresistenzenz und so weiter haben. Habe ich jetzt auch nicht das beste Beispiel, glaube ich, dafür, weil es sich manchmal nicht lohnt. Aber ich glaube, zum Beispiel Elementarschwäche ist von den Untoten und kann sogar noch höher sein am Anfang. Auf jeden Fall heißt es einfach nur, die Resistenzen müsst ihr absolut beherzigen. Wenn ihr gegen Tod, also Untote angeht und dann Totenschaden macht, habt ihr keine Chance. Wenn ihr aber Weißschlächer ausnutzt, massive Chance. Ich habe das Beispiel gefunden, hat nichts mit Elementarkünsten zu tun, sondern mit Naturzauberbuchseite. So habt ihr hier Elementar oder Elementen wieder stehen. Dann kriegt ihr physischen und Elementarresistenz beigebracht zu einer Einheit. Das heißt, man kann hier eine nächste Schlacht wohl nur den Schutz halt deutlich nochmal erhöhen. Mit dem Add-on sehen wir auch noch ein Beispiel. Schutz vor dem Gut. 50% Weißresistenz, was extrem mächtig ist, aber auch nur für den nächsten Kampf. Doch, ich höre euch sagen, Omni, Omni, lassen Sie in Ruhe mit Verteidigung. Und wen interessiert sowas? Ja, natürlich, Verteidigung macht nie so viel Spaß wie angreifen. Deswegen werden wir im fünften Tipp genau nochmal auf die Resistenzen eingehen, denn wir wollen ja jetzt ins Mid- und Lategame kommen. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, und das erzählt einem ja auch vorher keiner, weil man halt die Resistenzen auch nicht so im Auge hat, kann man aber auch recht gut herausfinden. Ich glaube auch vor allem, so wie bei mir zum Beispiel, durch eine Niederlage oder zwei, weil man merkt, Moment mal, diese Einheit kann ich nicht töten. Wieso ist das so? Und dann lerne ich, okay, wie kann ich meine so untötbar machen? Und wie kann ich vor allen Dingen die gegnerische Einheit töten? Dann ein ganz einfacher Trick, das könnt ihr euch ja schon fast denken. Und zwar habt ihr, wenn ich jetzt hier oben auf aktive Zauber geht, seht ihr, was eure Einheiten alles verzaubert sind. Und ihr seht vielleicht schon den Trend, den ich hier meine. Elementare Waffen, Elementare Waffen, Elementare Waffen, Heilige Waffen, Heilige Waffen und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Flug zwischendurch, aber wichtig, Elementare Waffen, Heilige Waffen. Ihr seht, wie viel ich da verzaubert habe an all meinen Stacks. Und das ist ein relativ einfaches Prinzip, was aber natürlich essentiell ist. Ihr könnt natürlich auch Tod verzaubern, wie hier. Ist allerdings nicht so oft nützlich, in meinen Augen. Aber trotzdem, ihr könnt natürlich durch Zauber eben die Damage Challenge anpassen. Das heißt, hier haben wir natürlich mehr Schaden, aber das Wichtige ist jetzt der zweite Text. Nahkampf- und Fernkampfangriffe, diese Einheit erzeugen Todschaden. Das finden wir bei der Todseite hier. Dann finden wir bei der Wächterzauberseite. Schon allein dafür lohnt es sich eigentlich die Wächterzauberseite mal am Anfang mitzunehmen, wenn man Bock hat, weil weiß ist gut. Da kriege ich mal heilige Waffen, plus drei Weisschaden und ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Alle Angriffe werden als Weisschaden verbucht. Extrem mächtig, weil, wie mache ich das? Nämlich, ich klicke einfach hier drauf und sofort kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, du hast ja Elementarwaffen. Ergänze das, nö, du hast jetzt keinen Elementarschaden mehr, wollen wir nicht, mehr brauchen wir nicht. Wir kämpfen gerade gegen Dämonen, wir kämpfen gerade gegen Zwerge. Das bringt uns gar nichts. Das heißt, wir verändern alles, was er hier benutzt als Fern- und Nahkampfangriff zu dem jeweiligen Damage-Typ, also jetzt Weiss, weil wir wollen halt Elementarresistenzen umgehen, also alles zu Weiss. Generell, bei fast allen Startpunkten und gerade auch bei den Anfangsstartpunkten, wenn ihr da um dieses tote Land herum seid, werdet ihr nicht um Heiligschaden herumkommen oder um Weissenschaden herumkommen. Das heißt, ihr müsstet wieder Einheiten finden, die das verursachen, was zum Beispiel die Irrliche sind, die sind aber sehr schwach, Mentalisten würde mir da einfallen und ein paar andere oder eben, ihr habt diesen Buff. Der Buff kostet ein Mana pro Runde, also komplett lächerlich wenig und macht eure Einheit dann auf einmal von hier, wie das Beispiel, physischen Schaden zu irgendeiner Channel-Art, die ihr gerade braucht. Damit könnt ihr Resistenzen, die wir finden, super umgehen. Ihr könnt natürlich Flat den Damage auch noch erhöhen, das ist auch klar, Schaden einfach erhöhen, würde ich auch machen. Es gibt auch sowas wie Gerecht, wo man einfach mehr Schaden gegen Unto und Dämonen macht, was auch essentiell sein kann, ist aber seltener benutzt als das hier. Und wichtig ist dabei, was ich euch mitgeben will, switcht da auch hin und her. Also wirklich guckt, dass ihr Mana-Vorrat habt und wenn ihr sagt, okay, jetzt begegne ich gerade diese Armee, jetzt schnell umswitchen, möglichst pro Runde dann einfach alle auf die tödliche Waffen hauen oder die heiligen Waffen und so weiter. Das ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt gegen die Untote KI spielt, wichtig dann auf Heilig zu gehen oder Weißenschaden. Wenn man gegen die Dämonen-KI spielt, wiederum auf, ja eigentlich auch auf Weißenschaden oder Totschaden, wobei die, glaube ich, manchmal auch Resistenzen dafür aufweisen. Das heißt, ihr passt euch, und das ist mein Tipp, immer vorher an, denn ich habe gemerkt, wie fatal es sein kann, wenn man in so eine Gruppe rein und denkt, was zum Teufel passiert hier? Warum macht mich dieser Beispiel wieder, dieser Phantomkrieger, sowas von rund? Wieso kann ich die nicht töten? Und das liegt daran, weil diese Resistenzen, von denen bei 50% liegen und ihr so wenig Schaden macht. Das ist natürlich eine riesige strategische Dimension und auch ein relativ einfacher Tipp. Aber wenn ihr das meistern könnt, das Hin- und Her-Switchen auch versteht, plus halt die Tipps hier, wie ihr diese Einheiten bekommt, dann könnt ihr auf jeden Fall das Spiel auch lockerflockig meistern. Und habt hoffentlich nicht wie ich erst mal zwei, drei Runden, wo ihr denkt, was passiert hier gerade? Warum gehe ich unter? Ja, und in diesem Sinne war es das eigentlich auch mit diesen fünf Tipps. Natürlich gibt es immer noch mehr Sachen, wie man gewisse Gebäude einschätzen kann, welche nützlich sind und so weiter und so fort. Die lasse ich aber jetzt in den Tipps raus. Ich hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen den Einstieg nochmal deutlich vereinfacht habe, neben dem Tutorial-Video, was ihr natürlich immer noch hier oben rechts finden könnt. Denn das ist erst mal die Grundlage und darauf aufbauen, die jetzt mal ein paar Tipps kriegt, wie kann ich die Wirtschaft strukturieren, wie kann ich ja auch die Mechaniken ausnutzen, des Erkundens, die man hier findet und wie kann ich halt auch im Kampf nachher auch dominieren und meine Wirtschaft und meine Rekrutierungsmöglichkeiten immer weiter erweitern. Es ist in meinen Augen kein einfaches Spiel. Man muss reinkommen. Wenn einmal drin ist, dann wird es deutlich einfacher. Aber man muss halt diese neuen Mechaniken umarbeiten, verarbeiten und dementsprechend auch nutzen. Und wie immer sage ich dann, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich muss jetzt nicht betteln. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Tutorials habt, sagt Bescheid. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und haut auch rein. Tschüssi.